Ah, hart am Husten. Wie Jamie aussieht, jetzt aber schwimmt in der Luft. Ja, ich bin ein Frisch. Wenn wir jetzt sterben, ist Jamie schuld. Warum? Weil du das ausgesucht hast. Ja, dann bin ich schuld. Er hätte da mal was sagen können. Obwohl, letzte Woche sind wir auch dort gelandet und haben gewonnen. Eben. Er hat gewonnen. Wie? Ja. Ich brauche nur einen Sniper. Also ich sehe jetzt im Moment niemanden bei uns. Ne. Oh, da fliegen genau über mir drei Leute. Oh, ja, drei Leute über mir. Die landen da drüben irgendwo. Wo ist drüben? Blaue. Ja. Habe ich doch noch. Hier vorne in dem Haus ist einer hingeflogen. Ist hier bei mir runter gesprungen? Ja, hier auch in der Haus. Da geht's. Ah, der ist gerade aufgehauen. Ist fast down. Ist down. Da drüben. Down. 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 Da könnten welche sein, wo ich gepinkt habe. Da sind die Türen offen. Ach geil, ne Sniper bitte. Bei mir sind welche, wo ich gepinkt habe. Okay. Vorsicht, die triggern gerade die Bots. Ja, tot. Also der Gegner nicht ich. Ich schau gerade da so. Ja, dafür sind jetzt die Bots getriggert. Ja, ich merk's. Die schießen nämlich jetzt auf mich, Alter. Voll in der Schmuch. Oh ja, ich brauche. Ich brauche andere. Ja, sag mal. Was ist denn so? Ich bring dir eine mit, Jamie. Ich hab' ne blaues Sniper. Alter. Auch kriege ich die Sniper oder kriegst du eine DMR von mir? Richtig mit der DMR? Ich weiß nicht. Ich treffe den Bot nicht. Ich hab' nicht deins, was du gemeint. Ich habe hier, ich habe hier. Ich glaube, Jamie hat Spaß in Fortnite gefunden. Ich hab' an der Runde hier, wo wir gerade sind, Spaß gefunden. Nicht an Fortnite. Spielt mich eben. Die Runde ist hier gerade ziemlich cool mit den anderen. Macht auf jeden Fall echt Bock, ja. Aber das liegt nicht am Spiel. Das liegt jetzt an den Leuten halt gerade einfach. Das darf man nicht. Jamie, brauchst du Schild? Ich brauche ein Schild, ja. Boah. Ja, hab' ich hier nicht müssen. Hä? Hier unten. Wuuu. Was gibt's Creator Code? Ah man, jetzt. Alter. Ein Creator Code hast du, kriegst du auch, wenn du kein Fortnite streamer bist. Hä? Ja, es gibt auch den Creator Code, wenn du kein Fortnite streamer bist. Ui, Infrarot-DMR. Das ist aber dann der Epic-Links Creator Code. Die ist geil. Du Schwanz. Was denn, wolltest du die? Hast du die jetzt gerade die ganze Zeit angeluschert? Nein, ich hab grad schon welche DMR ich wegwerf. Ich nehm die Frau und DMR mit. Boah, Alter. Erstmal richtig schön die Tür aufgetreten. Was ist denn das hier? Oh Mann. Warte mal, warum, warum, warum mach ich das eigentlich? Infiltrator-Pump. Ist man by the way am Rand der Zone? Kann ich hier einmal die Munition rausnehmen aus den Waffen? Ne, ne? Ne, leider das geht nicht. Okay. Ja, das ist ein bisschen schade. Ah, wir sollten uns langsam mal... Oh, da unten ist ein Board. Oh mein Gott. Hast du jetzt den Quad angeschossen? Nein, der hasst mich. Der hasst mich einfach. Oh, schade durch den Sniper. Gut, ich bin wieder happy. Ah, wie? Ja, ja. Da oben ist ne Kiste. Wie kommst du denn da... Ah, ok. Schau mal, ich nehm die mit. Das war als nix. So, Pandris. Du führst den Zug an. Ich hab nämlich keinen Bock. Oh, sowas. Bitte willst. Was passiert hier? Wo bin ich? Ähm. Mach den Fallschirm auf. 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 Ne, ne. Der öffnet sich automatisch. Ne, tu da nicht. Doch, bei mir hat er sich automatisch geöffnet. Bei mir schon mal nicht. Das war ein Bug und dann bin ich unten aufgeklatscht und war tot. Ja, siehst du merkst du das. War ein Bug. Ja. Deswegen mach den Fallschirm auf, wenn du kannst. Ich soll den Zug anführen. Alle drei sind da drüben, Alter. Kommst du denn mal? Oder so? Ja, alte Frau ist kein D-Zug. Aber ich glaub, die... Also, ne. Wir haben ne Regio. Also komm. Die Regio. Können wir mit dem ÖVs fahren, bitte? Ich hab ne Spitzhacke hier, Alter. Ist hier der Sokka? Ich will meine Macht wieder haben. Gib mir die Macht. Yala. Äh, ihr müsst in die andere Richtung, meine Lieben. Wieso? Müssen wir nicht. Das war geplant. Wir wollten ausweichen, verlaufen. Achso. Ah, ich hab das... Ich hab dieses Gebiet noch nicht erkundschaftet, deswegen. Wie wär's denn eigentlich mal mit ein paar Gegner? Ist der ein Jinx das immer. Wieso ich das will? Ich will das Spiel spielen zum was töten. Ja, dann. Wer nächsten. Ja, zui. Ja, zui. Nicht mehr live. Seit... 9.3. Ich überleg schon auch immer wieder mal anzufangen. Wir hätten recht hier so'n Ding, so'n Loot-Ding. So'n Loot-Kreis. Wollen wir den holen? Warum sieht man hier eigentlich so'n? Doch, wenn wir uns alle reinstellen, geht das schneller. Wo denn, 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 wo denn? I'm on my way. Ja, ich könnte noch Sheet gebrauchen. Ich hab nämlich fast... Irgendwie das Gefühl, das geht gleich hart in die Hose, was wir hier machen. Nee, einfach Bewegung bleiben. Ihr macht das schon da unten. Läuft. Ohhhhhh. Faser Tapeter. Schön. Schöne Wumme. Was ist das hier? Ein Haftgranatenwerfer. Da, wer ist das am Stück übersteuern, aua. was war das doch massel eventuell da kam gerade rein ja massel ist am übersteuern oder halt weil sie nicht das hat sich angehört wie eine boeing landet ja da kam gerade von mir ist hier ist noch ich möchte hier drin labert irgendein typ ja das wenn er auch am rumlabern ist ich sehe halt nirgendwo jemanden ich finde es noch ein bisschen und gleich ein headshot job angenommen plündern ich da nein muss ich in fordner arbeiten ja ich dachte ich mache lieber heute nacht schön um hier noch mal ein bisschen bananen und hier sehen sie den naja den loot simulator schräg schicht lauf simulator da ist ein fischi genau da sind welche wo ich sagen dann auch bei der lootkiste und das down aber der ist nicht so erst mit sowieso ausgelockt ich verschwende keine weitere munition wenn du da bist wieso nicht ja ich habe aber nicht schwer spreche ich mir meine munition wird da waren scheiß ich habe ihn aber nicht liebsten sturm gewährt danke und traue deinen instinkten ich habe mich schon wieder Digger oh mein gott oh 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 nee huch ah ok das geht sogar mach dir oh ich bin oben eine grütze reingedubt alt da jetzt kommt wahrscheinlich genau hinter uns ich sehe halt aber sagen dass beim tempel event ja ich muss mich hier in da wo ich gepinkt habe da sind welche ja ich hier nicht jetzt erstmal kurz wo sollen die sein da genau ich nehme jetzt mal die schrotze auf die entfernung das will ich sehen ich kann das geht das gerade da kannst du über die ganze karte schnippern mit dem ding gefühlt wenn wir dann gibt es ein fortnets konflikt und hörten dass man das dumme gelaber bin auch wenn er für den zwiebel skin nein ja doch irgendwas schießt auf mich ich sehe nix von hinten von hier hatten leider 2 noch 2 noch hier unten ja einer geht gerade auf mich los und ich muss da anladen ich habe den der hier vorne war ein schild hat es überlebt ich fasse hier unten gibt schild einfach hier auf die dinger schießen da oben auf mich aber ich weiß es nicht von wo erst mal schön in die matche pamper ok ok morgen machst du mein grüß es ist ganz schlimm hier wo hat er gerade geschossen wir sind halt auch mit mittendrin stunden rüber hier gerade noch also ich muss sagen diese infrarot die mehr ist mega noch mal auf der insel einer teilen sich halt mit dem sturm über die moni das finde ich ja kacke ah ok also irgendwie ist das game jetzt hier gerade nicht so wirklich ne moin meister grüße wir sind wir sind gleich fertig ja wir sind wir sind wenig action ich habe den key ich muss gar nicht das sind hier auf jemanden gleich die installiert ja da vorne hinter mir bist du ja ja genau in dem moment habe ich runter ab ihn und der typ der hier war ist auch weg irgendwie war das kein bisschen komisch mit dem waffen switch da fliegt gerade was siehst du das die richtigen sniper hier auf der fuß geht bruch ist da einmal richtige sniper auf der fuß da fliegen sauviele drohnen ne oh ich liebe das ding naja einfach abknallen dann legen wir mal nach hinten schauen noch ne ja ja ich bin dabei ohne es weg komme ich nicht runter ohne dass mir was brechen du hast nicht wirklich auf farbig gärten bis runter gesprungen nein ich bin dann die kette dran und du hast mich weggebuchst er wollte mich schon wieder bei den der sack aber wenn du nämlich über die kette rank gerutscht und dann abspringt du kriegst kein fight damage ja gut das ja noch ein bisschen scam oder 25 geist noch to go also 21 oben bei oben bei ja hier vorne ja das problem ist ich komme hier nicht hoch der hat auf jeden fall shift break ja ich versuche da irgendwie rauf zu finden zu dir ich bin da hab ihn da ist noch einer sein oder ja das war hier aktuell gerade nur der einzige ne ne auf mich wurde gerade einmal geschossen also die schrotze die ich da hab die ist wild einer da ist irgendwo noch einer da ist noch einer irgendwo da ist noch einer links da links bringt hoch so ne so ne so ne so ne so ne links und so ne ich müsste mich immer hier nehmann hast du denn ja er so das so ich muss mich hier ja ich halte mich hoch da rum springen von wo er ist noch einer oben links ich komme haben plan ich hab noch zwei gekillt wie seien hier da hochgekommen an der wand dieser pilz warte die kommen nicht hoch ich komme hier nicht mehr hoch ja genau er hängt im wasser fest in dem wasser hängen geblieben ich komme hier nicht absolut nervig von hinten von hinten von hinten von hinten von hinten von hinten hat kein schild mehr da hat dann steht ja noch einer noch einer noch kopfschutz ich muss ihn nicht das ist noch von links jemand und dort oh mein gott sehr schön weiter geht noch drei stück ja hier vorne what the fuck was das jetzt bitte für einen schrei also was ist mit ihm ich habe drei eliminierungen wieviel gegen die spielern fast 2800 ich habe irgendwie nicht so ich bin nicht so gut was ist noch eine beinahe geht noch nicht so gut ich bin nicht so gut ich bin nicht so gut